Ja, guten Abend. Ich möchte jetzt hier mal einen Punkt setzen, ohne jetzt, dass ich hier spalten will. Aber wir wissen noch mittlerweile alle, also die Leute, die ein bisschen informiert sind, dass wir hier im Prinzip nur Politikdarsteller wählen, die nichts zu entscheiden haben. Das hat ja auch mal der Horst Seehofer gesagt. Ja, es geht hier nicht um Spaltung, aber ihr solltet euch darüber bewusst sein, dass jeder Politiker, der für eine politische Partei kandidiert, im Prinzip nur ein Politikdarsteller ist. Er ist ein Schauspieler. Er hat seine Rolle vorgegeben. Er wird nie für das Volk sein, weil wenn ihr wählen geht, dann entlastet ihr die Geschäftsführung. Nichts anderes ist das. Ja, und das müsst ihr mal kapieren. Es geht hier nicht darum, es geht darum, euch zu spalten, dass ihr als Volk gespalten seid und keine Kraft habt. Nämlich, wenn ein Volk zusammenhält, wenn genug, wenn die kritische Masse gegen gewisse Maßnahmen hin sind, dann werden die auch nicht mehr durchgeführt. So einfach ist das. Nett, dass ich jetzt um dich weine. Die Leute, die über die MFG informiert sind, die wissen ja auch, dass die MFG zum Beispiel Austritte gehabt hat von einem aus Salzburg, von einem Herren, der da eine ziemlich hohe Position gehabt hat. Und aus dem Grund, weil die MFG genauso Steuergelder verschwendet hat, für die zwei Abgeordneten im österreichischen Landtag, wie die anderen Parteien auch. Also seid euch darüber im Klaren, wenn ihr wählen würdet, und es würde ein Ergebnis kommen, was nicht zufriedenstellend für die Leute sind, die im Hintergrund die Fäden ziehen, dann wird die Wahl einfach gefälscht, so wie sie in den USA gewesen ist. Weil die Wahlfälschung in den USA ist klar bewiesen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Trump-Freund, weil jeder Politikdarsteller wird nicht für euch arbeiten. Ihr dürft diese Sachen durch Steuern finanzieren, dieses System. Aber im Endeffekt könnt ihr wählen, was ihr wollt. Es bringt alles nichts. Ich möchte hier nicht zum Nichtwählen aufrufen, aber ich wollte es mal nochmal klarstellen. Dankeschön.